XRP, was machst du nur mit uns? Der Coin, der so viele Hoffnungen in sich vereint, sorgt doch auch für so viele Sorgen. Aber das könnte jetzt vorbei sein und vielleicht kommt jetzt in den nächsten Tagen oder wenigen Wochen schon der finale Rettungsring, der XRP endlich aus der Krise holt. Ja, es wird mal wieder Zeit zu sagen, herzlich willkommen bei Hallo Krypto zu einem neuen Video in puncto XRP. Und diesmal wollen wir uns der Frage zuwenden, kommt endlich jetzt der Rettungsring? Ist endlich Erlösung da für die XRP Halter? Denn es scheinen sich einige Dinge zu bewegen und vielleicht führt das zu ganz großen Moves. Das möchte ich in diesem Video vorstellen. Es gibt ein paar interessante Infos. Es gibt auch Theorien, wohin das gehen kann. Ich zeige euch da verschiedene Varianten. Eine, die allen, die den Coin halten, sicherlich sehr gefallen wird. Eine, die Ihnen sicherlich überhaupt nicht gefallen wird. Aber am Ende gebe ich hier keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, sondern präsentiere nur, wie die Sachlage ist und mache das anhand der vorhandenen Daten, der vorhandenen Informationen. Und am Ende gucken wir nochmal auf den Chart von XRP, was wir daraus für Konsequenzen ziehen können. Also lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben, wenn du dich für XRP interessierst oder auch in diesen Coin investiert bist. Keine Finanzberatung. Wenn dir das Video gefällt, lass ein Like da. Wenn du eine Meinung dazu hast, schreib es in die Kommentare. Wir fangen mal an und gucken in den Coin, in den Chart. Das ist die Situation. Sie ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Nicht so toll, aber es ist nun mal so. Ein längerer Aufwärtstrend wurde hier im April gebrochen, konnte dann nicht zurückerobert werden, dieser Aufwärtstrend. Das heißt, wir handeln seither unter dieser wichtigen Linie, auch weit unter dem 200-Tage-Linie, die hier in rot markiert ist. Und es hat sich de facto ein neuer Abwärtstrend ergeben, der bisher auch hier nicht gebrochen werden konnte. Und aktuell sind wir auf einem Jahrestief oder nahe dran am Jahrestief zum Moment, wo ich das Video aufnehme, in einem Bereich, der bei sehr bescheidenen etwa 43 US-Dollar-Cent handelt. Das ist die Momentaufnahme. Natürlich kann sich das ändern. Wie gesagt, jetzt, wo ich das Video mache, wenn ihr das in ein, zwei Tagen später, wenn wir das fertig produziert haben, wenn ihr das Video guckt, kann das schon wieder anders aussehen, aber wahrscheinlich nicht viel. Da stellt sich die Frage, was ist denn los? Warum ist dieser Kurs, der ohnehin schon schwach war, noch mal schwächer geworden? Na klar, das eine ist die Bitcoin-Korrektur, der Rücksetzer, die Verkäufe Mount Gox und Deutschland und so weiter, ja. Aber Bitcoin ist nur die eine Erklärung. Eine andere Erklärung kommt aus XRP selber und die zeige ich euch hier. Das ist eine Information, die gerade frisch kam, hier Nachricht vom 9. Juli. Ripple, also die Firma, die hinter XRP steht, die auch fast die Hälfte der Coins hält, wieder 150 Millionen auf den Markt geschmissen. Und das sorgt natürlich in so einer Marktsituation tendenziell für Abverkäufe. Das heißt, XRP leidet auch noch ein bisschen unter dem, was Ripple macht. Ripple ist halt am Ende eine Firma, die Geld braucht. Es gibt ja auch manche Stimmen, die sagen, XRP ist im Grunde nur die Cash-Maschine für die Firma Ripple. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es gibt Leute, die dafür argumentieren, mag Leute, die dagegen argumentieren. Da müsst ihr euch mal eine eigene Meinung bilden. Aber auf jeden Fall ist es Fakt, dass XRP teilweise von Ripple verkauft wird. Hier in diesem Fall ist das zu sehen. Das hilft natürlich nicht. Aber nicht nur Ripple ist es, sondern auch Wale. Wir haben hier die Nachricht von einem Wahl, der auch eine ganz erhebliche Menge, nämlich über 37 Millionen XRP, auf den Markt geschmissen hat. Und hier wird kommentiert, das Substantial Whale Dump suggests a potential warning of bullish. Das ist etwas, wo man sagen kann, naja, vielleicht ist das so, dass das Sentiment zu bullish ist, dass es nämlich doch nicht so gut ausschaut. Und eine Erwartung ist, dass der Prozess für XRP nicht gut ausgeht oder dass er viel schlimmer noch einfach sich noch lange hinzieht. Das hier ist ja auch hier entsprechend von mir gemarkert worden. This whale move might be a strategic response to mitigate potential losses. Also jemand versucht, Scheineverluste zu reduzieren und wenn Wale aufhören, an den Coin zu glauben, keine so gute Nachricht. Aber das ist ja nicht der Einzige. Es gibt viele andere, die halten weiterhin. Und deren Hoffnungen, ganz klar, die liegen garantiert momentan vor allen Dingen bei Justitia. Ja, dem Prozess von Ripple XRP gegen die SEC vor amerikanischen Gerichten, das ist das am Ende entscheidende Thema. Das ist, wo man sagen kann, die angezogene Handbremse für Ripple und wenn die gelöst wird, dann sollte der Coin doch explodieren. Ist es so? Ich weiß es nicht, aber wir werden mal schauen. Auf jeden Fall gibt es Signale, dass sich da was tun könnte. Schaut mal her. Das hier ist ein Anwalt, der aus dem XRP-Team kommt allerdings, der ist natürlich trotzdem nah dran. Der sagt voraus, dass SEC-Ripple-Thema durch sein könnte. Vielleicht schon ganz früh jetzt, diese Woche Freitag, aber wenigstens, wenn das nicht trifft, dann auf jeden Fall bis Ende Juli. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wäre hervorragend. Dann hätten wir Klarheit. Und das Einzige, was schlechter ist als schlechte Nachrichten, ist Unklarheit. Unklarheit kann man halt nicht einordnen. Und schlechte Nachrichten kann man bewerten, kann man kalkulieren, kann man sagen, will ich eingehendes Risiko oder nicht. Unklarheit ist immer sehr undankbar und darunter leidet natürlich XRP sehr, sehr stark. Deshalb ist es wichtig, dass dieser Prozess endet und die Signale dafür sind auch vorhanden. Zeige ich euch hier mal. Das sind die Informationen, die es gibt. Den Artikel verlinke ich euch auch unten mal. Da könnt ihr sehen, dass entsprechend gute Informationen aus XRP-Sicht hier angemerkt werden. Einmal, dass dieser Judge Hamilton, also der entsprechende Richter, sagt, naja, es gibt einige Sachen, die werden in Granted All in Favor of Brad Garlinghouse, also dem Chef von Ripple Labs und XRP. Also da wurden einige Entscheidungen zusammengefasst, weil sie eher in Richtung dieser Partei, der Prozesspartei, ausfallen. Das heißt, das verkürzt das Ganze auch, wenn man sagt, da gibt es eigentlich nichts mehr drüber zu verhandeln. Da wird XRP an manchen Punkten des Prozesses wohl offensichtlich nicht mehr in die Mangel genommen. Das verkürzt das Ganze auch. Und es wird, und das ist vielleicht noch viel wichtiger hier angemerkt, dass die Parteien, die Streithähne sozusagen, hier noch im Juli über den Vergleich, also hier über ein Settlement heißt es, beraten sollen. Und diese Variante wäre natürlich eine ganz dankbare Lösung. Das wäre dann wahrscheinlich so, es gibt keine Verurteilung, es gibt keinen vollen Niederlage oder keinen vollen Gesichtsverlust für eine Seite. Da will die SEC wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht aussehen. Auf der anderen Seite, es gibt ein paar Punkte, gerade die Verkäufe zum Beispiel von XRP-Token an institutionelle Investoren, ist ein Knackpunkt, wo man wahrscheinlich nicht so leicht rauskommt, sagt, keine Securities, das war unreguliert. Also es kann sein, dass man sich da einfach einigen muss, aber wenn das eine Einigung ist, die in Richtung XRP ausfällt, könnte natürlich ein Riesenkatalysator sein. Wenn es nicht passiert, und das ist natürlich, was ich schon mal sagte, das schlimmste Szenario ist, wenn keine Entscheidung kommt, wenn es sich wieder vertagt, wenn es länger dauert, wenn es komplett gegen XRP läuft, natürlich auch, aber das sieht eigentlich nicht danach aus. Ich bin kein Jurist, ich weiß es nicht, also das ist nochmal ganz klar gesagt. Man ist ja vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand, wie es so heißt. Am Ende weiß es keiner genau, aber die ganzen Signale, die kommen, deuten darauf hin, dass XRP in einer recht ordentlichen Position ist. Aber ein vollständiger Sieg ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Nur, was passiert, wenn die Entscheidung doch nicht fällt? Wenn es wieder eine Drehung gibt, eine schleifende Wolte, um das länger hinaus zu zögern, wer weiß, welches Interesse noch dahinter steht, da weiterhin diese Handbremse drin zu lassen und XRP zu behindern. Dann, und das sage ich euch, dieses Szenario wird euch nicht gefallen, aber ich stelle es euch vor, weil man muss einfach auch in diese Richtung denken. Da gibt es einen XRP-Twitterer, einen wirklich sehr bekannten und großen, TheRippleLabs, glaube ich, heißt der, der über 100.000 Follower hat. Der hat folgendes Szenario aufgemacht und Achtung, ich warne euch, es wird euch nicht gefallen. Der sagt, okay, wir gehen zurück ins Jahr 2017, das All-Time-High und seither geht es runter. Und wir haben hier, das hat er so konstruiert, so eine fallende Konstruktion hier. Fünf will ich, eins, zwei, drei, vier, fünf runter. Wir sind nochmal nicht mal auf halben Wege runter. Das zieht sich bis ins Jahr 2026. Ich weiß, klingt alles irre und ihr werdet alle wahrscheinlich, wenn ihr XRP-Freunde seid, gerade den Kopf schütteln. Aber hey, das ist nicht von mir. Das ist jemand, der sich wirklich mit dem Coin beschäftigt, mit dem Thema. Das ist hier dieser TheRippleEffekt und der glaubt langfristig total dran, aber langfristig. Das wird den meisten nicht gefallen, weil er sagt, wir werden diese extreme lange Welle nach unten noch machen und dann erst irgendwann hier brutal ausbrechen und zwar im Jahr 26 bis Jahr 2030. Dann, wenn der Supply-Effekt der Utility-Pump kommt. Also schwer zu sagen, ob das wirklich anzunehmen ist, aber es ist ein Negativ-Szenario, was wir mal aufmachen müssten. Wenn keine Entscheidung kommt, könnte das tatsächlich passieren. Ich persönlich glaube es eher nicht, aber ich wollte es euch zeigen. Und genauso umgekehrt, weil wir sind ja hier eine faire Runde bei Hallo Krypto. Übrigens abonniert mal den Kanal und lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Wir zeigen euch natürlich auch ein positives Szenario, wo ich natürlich mich für jeden, der in XRP investiert ist, total freuen würde, wenn es zutrifft. Das sieht dann so aus. Dieser Twitterer, Jack the Rippler, also auch ein cooler Name, haben sie auf jeden Fall alle. Der sagt, The Final Shakeout. Er vergleicht das mit der Phase von 2014 bis 2017. Dann der Riesen-Pump ins All-Time-High. Und jetzt sagt er, jetzt baut sich gerade wieder so ein Dreieck auf. Und wir haben hier wieder so ein Shakeout. Und dann mit natürlich dem Prozess, der dann das Ganze zum Auspuff bringt. Und dieser Riesen-Pump und der benutzt dann hier ein paar Fibonaccis, die so auf Bereiche kommen, um die 12 Euro oder Dollar. Sehr ordentlich. Das, glaube ich, würde jedem gefallen. Am Ende ist es so. Wir werden Entscheidungen sehen jetzt. Wir werden relativ schnell auch nochmal wissen, geht es in die Richtung Lambo, geht es in die Richtung McDonalds. Da, glaube ich, werden sich schon ein paar entscheidende Weichen stellen. Aber wir wollen uns nicht nur verlassen auf das, was andere sagen, andere Szenarien, die nun beide auch zugegeben recht extrem sind. Ich persönlich habe auch nochmal einen Blick auf die Charts mit euch vor, um einfach zu gucken, was kann im Nahbereich passieren. Warum ich persönlich übrigens nicht so sehr sicher bin, ob XRP so eine Mondkurse wie 100 Dollar, 500 Dollar, sowas jemand sehen. Könnt ihr übrigens bei diesem Video nochmal angucken, falls es euch interessiert. Verlinke ich euch hier nochmal. An dieser grundsätzlichen Einschätzung hat sich nichts geändert. Aber im Nahbereich kann natürlich viel passieren und es kann zu einem sehr schönen Pump kommen oder eben auch nicht. Deshalb gucken wir jetzt einfach nochmal auf den Chart von XRP und zwar einmal gegen US-Dollar und einmal gegenüber einem anderen Asset. Und hier sind wir auf dem XRP-Chart und ihr werdet erschrecken, weil der sieht ja so anders aus als vorhin gesehen. Der geht ja nur runter, ganz brutal. Und hier auch der RSI liegt dermaß am Boden und die Erklärung ist, wir sind im XRP-Geggenüber-Bitcoin-Chart. Und der Chart spricht leider eine harte Wahrheit aus, das muss man so sagen. Der sieht noch viel fieser aus als der gegenüber einer Fiat-Währung, wie gegenüber dem Dollar-Wall. Der sagt dir im Grunde seit dem November 2020, hätte ich doch Bitcoin gekauft, hätte ich doch lieber Bitcoin gekauft, hätte ich lieber Bitcoin gekauft, hätte ich Bitcoin gekauft, hätte ich Bitcoin gekauft. Verdammt. Ja, das ist einfach die Realität. Bitcoin hat sich seither einfach mit kleinen Schwankungen mal zwischendrin, aber konstant und vor allen Dingen seit dem letzten Jahr brutal besser entwickelt als XRP. XRP ist einer der abgehängtesten Coins überhaupt unter den Altcoins der Top 100, das muss man leider aktuell so sehen. Aber ich will das ja auch immer von zwei Seiten beleuchten und deshalb, wenn ihr an XRP glaubt, wenn ihr überzeugt seid, wenn ihr den Coin mögt, dann, ich meine, wir sind jetzt hier in der Nähe des All-Time-Lows gegenüber Bitcoin. Dann müsste man eigentlich, auch der RSI liegt ganz am Boden, der müsste man eigentlich jetzt kaufen. Guck mal hier, da sind wir auch ganz am Boden, geht ganz minimal wieder hoch. Also, gegenüber Bitcoin haben wir lange nichts gesehen, vielleicht dreht sich das um, es könnte tatsächlich sein, der Moment wäre auch viel schlimmer hier. Klar, geht es immer, aber wahrscheinlich ist der Moment, dass man hier sagt, hier gehe ich rein und dann steigt gegenüber Bitcoin, das wäre natürlich hervorragend. Vor allen Dingen, wenn denn der Pump käme durch ein positives Gerichtsurteil. Das war die eine Variante. Jetzt gucken wir aber auf den Chart gegenüber dem US-Dollar. So, das sieht jetzt schon nicht mehr ganz so fies aus, aber wir wissen das Problem, wir kennen das alle. Das war der lange, lange Aufwärtstrend gegenüber US-Dollar. Hier haben wir vor einem Jahr schon mal ein positives Zwischenurteil gehabt, da hat Ripple schon mal richtig Boden gut gemacht gegenüber der SEC. Da ging er hoch bis auf einen Dollar und hat den aber ganz stark wieder abverkauft, hat aber diese Aufwärtstrend-Linie immer respektiert. Und das ist tatsächlich das einzige große Problem aktuell, dass wir diese Linie nicht verteidigen konnten. Das ist sehr, sehr schade. Deshalb müssen wir erst mal diese Linie hier übertreffen. Das heißt, wir müssen schauen, wir sind hier im Wochenchart, müssen schauen, dass wir irgendwann diese Linie brechen und nach oben wieder kommen. Und dann vielleicht diese Aufwärtstrend-Linie von unten nochmal testen und wieder zurückerobern. Das wäre so eine langsame Aufwärtsbewegung, wenn der Markt insgesamt sehr, sehr gut läuft. Was aber natürlich schnell passieren kann, das haben wir ja gesehen hier in diesem Moment, als es diesen riesen Pump gab. Es kann natürlich sein, es kommt die positive Nachricht. Wir dröppeln so vor uns hin und dann bam, knallt der sofort nach oben. Und wenn die Nachricht richtig, richtig gut ist, dann kann er natürlich durchaus auch noch höher gehen. Dann hätten wir eben hier irgendwann auch das All-Time-High von 2017 wieder im Blick. Ob er denn deutlich darüber hinausgeht, ehrlich Freunde, da wäre ich vorsichtig, weil einfach es ist eine Frage, wie viel Kapital ist da, wie viel Liquidität möchte dann in XRP reinfließen. Ich weiß, wir kennen alle das Thema Use Case und wie viel XRP vielleicht mal gebraucht würden. Aber da gibt es eine Menge Pferdefüße. Guckt dafür mal in das Video. Ich hatte es euch schon mal verlinkt. Ich verlinke es euch nochmal unten in der Beschreibung auch. Da nehmen wir das nochmal im Detail auseinander. Weshalb ich nicht glaube, dass wir zumindest in den nächsten einigen Jahren Kurse von 100 oder mehr Dollar sehen. Aber anyway, macht euch euer eigenes Bild. Das war mal der Ausblick für den Moment. XRP in einer entscheidenden Situation und es könnte ganz schnell gehen. Wenn ihr dran glaubt, ist jetzt ein Moment. Gegenüber Bitcoin sind wir quasi am Allzeittief. Gegenüber Fiat-Währungen wie dem US-Dollar sieht es nicht gut aus. Aber die Gerichtsentscheidung, wenn sie dann kommt, wenn sie halbwegs positiv ausfällt, kann das ganz schnell drehen. Und dann sind die Karten neu gemischt. Da müssen wir alles neu bewerten. Ich drücke auf jeden Fall jedem, der in XRP investiert ist, echt die Daumen und hoffe, dass es gut ausgeht. Aber wie gesagt, wir müssen auch immer in Erwägung ziehen, dass das schlechteste Szenario kommt. Nämlich, dass es keine Entscheidung gibt und sich das nochmal ein Jahr oder zwei hinzieht. Da hat ja auch dieser Twitterer, der Ripple-Effekt, gesagt, das ist sein bevorzugter Case. Der tut weh, bis 2026 noch Schmerzen, um dann zu explodieren. Das würde ich nicht wünschen, aber am Ende wissen wir es alle nicht und müssen es abwarten. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Lasst mal ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, das Video und was ihr über die XRP-Situation denkt. Bis dahin, alles Gute, tradet immer safe und bleibt der Blockchain-Treu. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute.